Willkommen zur heutigen Ausgabe von Frequent Traveller TV und heute geht es darum, wie zählen die Hotelnächte zum Status, wenn man über Neujahr bleibt, wie zählen die Flüge, wenn man über Neujahr fliegt. Also dieses Thema, was jedes Jahr neu aufkommt. Ich habe heute zwei Calls gehabt, da war das Thema akut und da wurde gefragt, hey, wie zählt das? Kann ich das eventuell in 2021 retten oder aber gibt es da einen Trick? Lass uns anfangen zum Thema Fliegen. Fliegen ist ganz einfach und zwar da zählt das Abflugdatum. Wenn ihr also am 31. Dezember abfliegt, dann zählt das auch für den 31. Dezember, egal wann ihr ankommt, ob ihr am 1. Januar ankommt oder noch am 31. Dezember. Also insofern, da ist es eine ganz klare Geschichte. Da gilt der Abflug. Das Einzige, was halt ein Thema ist, ist, dass die Gutschrift wie immer natürlich etwas dauert und wenn dann der Status jährlich zählt, muss man eventuell da ein bisschen Geduld haben oder telefonisch nachhelfen und sagen, hey, könnt ihr da mal schauen. Finnair zum Beispiel, die sind da sehr aktiv, wenn man anruft und die helfen einem sehr schnell als Beispiel. Dann ein nächstes Thema ist wie immer das Hotel. Wie funktioniert das bei Hotels? Marriott zum Beispiel hat in den Terms und Conditions stehen, dass es für das Jahr gilt, wo die Nacht konsumiert wurde. Heißt also ergo, die Nacht vom 31. auf den 1. Januar, die zählt natürlich noch für das alte Jahr, weil man ja im alten Jahr angefangen hat, zu konsumieren. Aber was passiert bei der Gutschrift? Ja, das klappt nicht immer ganz, weil die Gutschrift, ja ich sag jetzt einfach mal so, tagesaktuell gemacht wird und das System das dann einfach dem zurechnet, wo es gemacht worden ist. Also das heißt also zum Beispiel, wenn ich dann am 3. Januar auschecke habe, aber im Dezember schon eingecheckt, dann zählt der ganze Zeitraum schon für das neue Jahr. Also in diesem Fall wäre das dann 2021. Wer jetzt sagt, hey, ich brauche die Nächte und ich würde das gerne für das alte Jahr haben, der muss auch hier wieder Telefon bemühen oder E-Mail schreiben und muss da dann ganz einfach bitten, dass man es manuell löst. Also es wird dann eine Lösung geben. Allerdings für jemanden, der sagt, hey, ich brauche die Nacht aber vielleicht für 2021, damit ich schon keinen kleinen Headstart habe. Viele Programme geben ja auch im Moment doppelte Nächte, wie zum Beispiel Hyatt. Die geben ja im Januar und im Februar auch schon doppelte Nächte. Da ist es in der Tat so, dass beim Auschecken die gut geschrieben werden für das Jahr. Also insofern dann auch für das Jahr zählen. Wer das bei Marriott hat, einfach Füße stillhalten, nichts sagen und freuen, dass es klappt. Also das sind so die Themen, die wir haben. Zu dem Jahresüberblick. Wenn ihr das Thema für euch schon mal resümiert, habt ihr mal irgendwo einen Status verpasst, weil ihr das mit dem Datum vergessen habt? Da übrigens noch ein Hinweis. Wer unbedingt die Nächte in 2020 braucht, auschecken am 31. und wieder neu einchecken lassen, Rechnung geben lassen? Weil in dem Moment, wo eine Rechnung erstellt worden ist, also nicht nur ein Folioausdruck, sondern wirklich Rechnung, Rechnung, geht auch die Gutschrift an Corporate und dann geht das auch problemlos. Also wer von euch hat schon mal den Status verpasst, weil er irgendein Datum vermisst hat, um auszuchecken, so wie ich das gerade gesagt habe? Oder wer hat festgestellt, hey, ich habe ja den Status sogar schon am 3. Januar, weil ich vorher 30 Tage übernachtet habe? Also solche Geschichten interessieren uns wie immer. Schreibt sie unten in die Shownotes rein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart heute wieder bei der Ausgabe von Frequent Traveller Circle und bis bald.